Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu der gemütlichen Runde Conan Exiles mit Voucher mit unserem Coneless. An einem Mittwoch vor der zweiten Säuberung meine Lieben. Wir machen heute weiter. Der mobile Weg zum Obelisk hier rüber wird gebaut. Dann machen wir den Ausbau unten an unserer Zugbrücke fertig. Da habe ich die Elemente unten im Tiger eingelagert. Können wir heute ebenfalls fertig machen. Hier das Rad will ich abreißen und der Kartenraum wird gebaut inklusive Abreise. So Leute, jetzt passen wir auf. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir das alles hier rausräumen. Verbotene Suppe, äh verdorbene Suppe. Das Rad kommt weg, schweren Herzens, Leute. Bämsele. Thema ist erledigt. Ich räume kurz die Materialien gleich weg. Die muss ich nicht mit mir rumziehen. Lalalii. So, weil jetzt können wir nämlich nachher hier auch den Schmied endlich mal da vorne wegnehmen. Da gehört er nämlich eigentlich gar nicht hin, der Gute. So, du nimmst die Sachen und die Sachen. Das läuft alles gut durch. Ein paar von den Teilen nehmen wir mit rüber. Die Suppe machen wir runter und dann gehen wir erstmal zur Zugbrücke. Dann machen wir das jetzt fertig. Ich habe Treppenelemente gebaut, allerdings aus Sandstein. Zum Testen. Wenn das nachher besteht, das Projekt, können wir die natürlich zu Ziegeltreppen umbauen. Ich wollte mir jetzt nur ein paar Materialien sparen, weil wenn die Säuberung da ankommt und, sag ich mal, die mir da unten alles zerlegen, dann lieber Sandstein als Ziegelzeug. So, die kannst du rausschmeißen. Hier ist sauviel Suppe drin. Ich glaube, das war da sogar... Na gut. Also, ein kleines Rad des Schmerzes ist noch hier. Oben haben wir jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, die Werkstätten schön auszubauen. Das Häusle muss noch fertig gezimmert werden. Aber das ist alles nicht wirklich die Fans relevant. So, meine Lieben. Ich habe auch schon die Rampen weggebaut hier. Es gibt jetzt hier keine Rampen mehr. Wir ziehen jetzt die Mauer durch. Da müsste im Tiger normalerweise alles drin sein. Losen wir mal schauen, Tigerl. Tigerle hat alles. So, Leute. Das brauchen wir. Das machen wir raus. Die brauchen wir da hinten. Und die hat auch noch gefehlt. Tatsächlich habe ich die auch. Dass ich da dran gedacht habe, wundere mich jetzt. So, pass auf. Da muss eins hin. Da muss eins hin. Und die muss jetzt praktisch... Man sieht sie gar nicht. Hallo. Suchen wir mal mehr. Hier ist klar. Hier ist klar. Auch hier ist klar. Ah, und schon sind wir dabei. Und schon sind wir dabei. Zack, das Ding ist zu. So habe ich es mir in etwa vorgestellt. Äh, und bloß keine Blindengen, bitte. So coldness. Thema ist erledigt. Wir haben jetzt hier eine fette Mauer. Und jetzt habe ich mir überlegt... Habe ich wirklich Sandsteintreppen gemacht? Ich hoffe es doch, ne? Ja, ja. Die sind billig. So, und jetzt kommen hier Treppen runter. In der Hoffnung, dass die Treppen die Möglichkeit haben, dass mir die Viecher hier mit hochkommen, ne? Bei den Rampen hat es nicht geklappt. Wenn es bei den Treppen auch nicht klappt, dann ist das ganze Ding hier dazu verdonnert zu scheitern. Aber dann können wir ja immer noch unten eine Foundations hinsetzen. Weil ich glaube, dass es tatsächlich nur ein kleiner Übergang ist. Hoffentlich habe ich die richtig abgemessen hier. Ich würde sagen, wir machen es erstmal so. Ist das ein geiler Aufgang. Irgendeiner hat sich versetzt gerade, glaube ich. Jo, siehste. Jetzt habe ich auf jeden Fall weniger, als ich ausgemessen habe, glaube ich. Ist ja egal, dann baue ich ein paar nach. Sudele und Sudele. Und hier haben wir tatsächlich diese blöde Kante, glaube ich, gehabt. Ach, weißt du, warum das nicht ging? Also hier ist ja diese Kante. Da müsste ich normalerweise unten noch unterfüttern. Aber ich habe bestimmt keine Ziegel-Foundations jetzt hier. Äh, beziehungsweise Sandstein-Foundations. Äh, die da. Ah, ein Ziegelfundament will ich da jetzt aber nicht unbedingt setzen. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, komm, ich verballer das kurz, das eine. Ist ja keine tote Ecke mehr hier oder sowas, ne? Wenn ich jetzt dieses Ziegel-Fundament... Ach, guck mal, ich kann das hier hinsetzen. Dann sieht man das auch fast nicht, ne? So, und jetzt gehe ich auch davon aus, dass die das schafft, hier hochzukommen, die Kreaturen. Also brauchen wir noch ein paar Foundations, die ich dann untenrum setze. Kein Problem. So. Eine wallende Treppe nach oben. Siehst du, aber hier kann ich einfach nicht weiterbauen. Das ist nämlich das ganze Problem. Dann machen wir hier weiter. Und hier. Ich nehme jetzt mal an, dass die... ...mir das nicht zerstören, wenn ich es so einrichte, dass sie hochkommen. Irgendwie ist der Sound manchmal weg. Hast du es schon mitgekriegt? So, hier kommen wir natürlich später dann auch um die Ecke noch rum. Das muss ich mir noch einfallen lassen, wie ich das mache. Ich will mir jetzt noch ein paar aufheben für unten. Also hier habe ich ja eine tote Ecke. Das mit den Dreiecksdingern funktioniert hier nicht wegen Schräge. Boah, da setze ich einfach Spikes rein. Gleiches Spiel dann hier. Es geht jetzt erstmal nur darum, zu gucken, ob das überhaupt möglich ist, was ich mache. Wir brauchen Foundations. Ich hole die mal eben. Laufen wir nochmal hoch. Dass wir da einen Haken dran kriegen. Dann holen wir nochmal das Krokodil rüber. Wichtig wäre zu sehen, ob wir es irgendwie schaffen, dass die da rein plumpsen in meine Spike-Falle. So, das Rad habe ich abgebaut oben. Das heißt, wir können den Schmiedball umziehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Leute. Das haben wir jetzt verbraucht. Das haben wir verbraucht. Zehn Treppen für untenrum habe ich noch. Wie viele waren es denn? Ich schätze mal, so sechs Foundations reichen. Schmiedball ziehst du um. Ich sorge dafür. Vielleicht mache ich das sogar noch gleich. Oh, ich habe nicht mehr viele. Oh, ich habe echt nicht mehr viel Zeug, Leute. Ja, aber so ist das halt. Wir bereiten es ja nicht vor, dass es rumliegt. Die Dinger muss ich wieder auseinanderziehen. Die habe ich für ein Sumpt-Nail zusammengezogen, unsere Bogenschützen. Ich glaube, für den Montag waren die mit drauf. Hier die Jungs. Obwohl die sich auch von alleine wieder richten. So, jetzt ballern wir da unten Foundations dagegen. Mal gucken, wie weit wir da heute kommen. Lalalali. Lalalala. Ist das ein schönes, massives Bauwerk jetzt, finde ich. So, Codeless. Hier ist auf jeden Fall klar. Hier muss eine hin. Hier auch. Hier auch. Hier nicht. Jetzt im Moment. Wo hat denn die hingesetzt? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier Treppen dran kriege, wie ich mir das vorgestellt habe. Siehste? Und das schafft das Krokodil jetzt sogar. Ich bin überzeugt davon. Auch hier hat es gesnappt. Hier müssen wir mal gucken, ob eine Foundation. Ungültige Platzierung. Der Platz ist belegt. Okay, der will mich hier nicht machen lassen. Jetzt habe ich sie, glaube ich, erwischt. Okay, ich meine, hier ist auch nichts mehr. Komm, wir holen das Krokodil. Testen wir. Feinheiten ausbauen, seitlich zumachen, schön verkleiden und was weiß ich nicht alles. Das machen wir dann. Ich hoffe, es ist da. Ja, da drüben ist es lauert schon. Es freut sich schon. Aber wir könnten aber... Jetzt habe ich es gepullt. Ja, dann komm gleich mit. Dann komm gleich mit, mein Freund. Du weißt, was wir vorhaben, ne? Kroko. Kroko, Mokko, Schoko. Ist es noch da? Ja. So. Und jetzt erzähl mir nicht, dass du da nicht hochkommst. Weil ich pulse jetzt erstmal bis hierher. So, und jetzt laufe ich hier hoch. Ja, es kommt mit. Jetzt muss ich die Zugbrücke rechtzeitig hochkriegen. Das war klar. Da darf es sich jetzt halt... Ist es reingefallen? Ist es reingefallen, glaube ich, ne? Ne, ihr sollt... Ihr sollt nicht da jetzt mit. Euch muss ich tatsächlich erstmal noch... Hehehehe. Nicht, dass die mir jetzt auch da unten reinglitschen. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Was ein Scheißdreck. Kroko? Es ist ja nicht so... Hä? Ich bin gerade... Wo ist denn das Krokodil jetzt? Ach, es ist tot. Und es hängt tatsächlich in den Spikes drin, wie ich es mir vorgestellt habe, Leute. Geile Geschichte, oder? Guck mal. Ne, Kodil ist nicht deine Haare. Nicht deine Achselhears. Guck mal, da liegt es, ne? Okay, die Tiger sind natürlich dann auf Agro. Da muss ich mir was überlegen. Ha! Aber es funktioniert. Es funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn die Treppen hier durch sind, dann kann die Säuberung kommen. Dann blumsen die hier rein. Weil die Zugbrücke ist ja dann schon oben. Wir werden das dann von oben beobachten, ne? Das ist jetzt nur zum Testen, dass die unten runtergeklappt war. So, komm. Die paar Treppen kannst du noch kurz verbauen. Ist das krass, wie das da drin klemmt jetzt. Finde ich total gut. Weil, das ist ja Sinn und Zweck des ganzen Geschehens hier, ne? Jetzt will ich aber überlegen, wie ich das hier anstelle. Diese toten Ecken hier, die nerven mich schon ein bisschen, ne? Du weißt ja nie, von welcher Seite die kommen. Okay, hier will er nicht. Auch das Baumenü von Conan hat manchmal so seine Momente. Hier will er absolut nicht. Die tote Ecke, die würde ich natürlich gerne zumachen. Bin ich ganz ehrlich. So. Also, dann machen wir hier noch zwei Treppenelemente hin. Die Dinger, die werde ich schon irgendwie zukriegen. Und dann haben wir eine super Möglichkeit, eine super Chance, dass die Jungs hier hochkommen. Einzige blöde Ecke ist die hier. Weil wenn sie da mal runter sind und da durch wollen, dann könnte es sein, dass sie sich hier weghauen, ne? Dann machen wir natürlich noch diese Verstärkungen hier hin. Und dann haben wir hier einigermaßen einen Schutz. Auf jeden Fall Zeit genug, egal wo wir gerade sind, auf der Map hierher zu kommen, wieder, ne? Jetzt klemmt es da drin, ne? Alter, ne? Wie gut. Ähm, Coneless. Wir müssen jetzt wieder hoch, ne? Das ist ein bisschen blöd jetzt tatsächlich mit dem Klettern. Aber da muss ich mich dran gewöhnen, dass ich die Zugbrücke halt entsprechend dann immer umform. Das hat auf jeden Fall meines Erachtens geklappt. Die werden hier reinblumsen. Definitiv. Das ist eine coole Geschichte, oder? Wie ist denn das? Wie ist denn das? Müssen wir die KI beobachten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die runterspringen würden. Oder ob die nicht da oben stehen bleiben dann. Aber weißt du was? Dafür haben wir ja die Möglichkeit, das rauszufinden. Das ist ja das Schöne an dem Spiel. So, jetzt haue ich die Zugbrücke wieder runter. Die sind auch zurückgelaufen, weil das Krokodil keine Gefahr mehr ist. Krasse Geschichte. Auf jeden Fall sieht es pompös aus, finde ich. Hier wallende Treppe nach oben. Zack. So, meine Lieben. Was haben wir gesagt? Als nächstes den Fahrstuhl zum Obelisk rüberbauen. Und dann geht's los. Kartenraum, ne? Freue ich mich jetzt auch drauf. Lass mal kurz reingucken, ob ich den leer gemacht habe. Ja. Auch bei dir ist alles gut. Den muss ich übrigens auch abbauen. Das würde ich gerne gleich machen. Ich nehme das mal alles mit. So. Bin natürlich jetzt überladen. Aber wenn ich meine Rüstung anziehe, müsste es gehen. So, der Tierpferch ist da. Das tut mir jetzt auch wieder in der Seele weh. Aber ich habe gesagt, ich will den Garten nicht verschandeln. Das heißt, wir bringen jetzt die Gazellen. Schade, dass das Tor nicht eins weiter rüber sitzt. Jetzt sehe ich es, was ich da fabriziert habe, ne? Ey, wir könnten aber ein zweites Tor reinbauen. Von der Größe her, oder? Das würde dann wahrscheinlich da drüben so leicht reinglitschen. Wäre ein Versuch wert. Ein zweites Tor. Müssen wir mal gucken. Ist jetzt egal. Ist jetzt alles nur Übung. So, Leute. Die Gazelle, die kommt jetzt hoch in den Tierpferch. Der Kompost auch. War da drüben noch irgendwas, was ich bedenken muss? Ich weiß es nicht mehr. Dann bauen wir den Fahrstuhl. Müssen wir uns eine kleine Treppe anlegen, dass ich da hinkomme. Ich zeige euch gleich, wo der snappen wird. Und dann bauen wir den Kartenraum und zischen ab hier. Schöne Geschichte. So. Wie sieht denn das eigentlich von oben aus, was wir da jetzt gebastelt haben? Ich bin gespannt, ob die KI tatsächlich vor lauter Aggro dann da reinfällt. Oder ob die vorne dran stehen bleiben. Das weiß ich nämlich nicht, ne? Bin ich sehr gespannt drauf. Meine Vermutung ist, dass sie reinfallen. Aber so, wie wir es schon beobachtet haben, sie klettern ja auch nicht, ne? So, was macht denn dich jetzt aktuell so schwer? Das ganze Viechzeugs. Also hopp, dann gehen wir jetzt erstmal rüber. Wo ist denn eigentlich der Kollege? Den könnte ich ja folgen nehmen. Der kann mich nämlich dann hier unterstützen. Sonst sind wir nämlich in zehn Jahren noch nicht drüben. So, Alter. Guck mal. Du nimmst mal ganz kurz den Bock hier. Was hast denn du eigentlich für Mats hier drin? Nehmen wir alle mit zum Bauen. Westliche Base. Da ist noch nicht viel passiert. Die steht noch komplett offen, ne? Habe ich ihn noch voll? Ja. Er läuft auch mit, aber nicht lang. Hey, möglicherweise, falls die NPCs hier nicht reinfallen, bin ich überlegen, ob ich Rampen nach innen baue. Wäre noch eine Option. Und du möchtest eigentlich auch irgendwo anders sein, lieber, gell? Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. So, soweit klar. Gib mir mal meine Gazelle wieder. So, dankeschön. Du kommst dann auch hier rein. Das können wir drüben durch die Presse jagen. Also kacken tun die einiges. Hier, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Wie viel Mist ich hier habe. Die nehme ich mit, habe ich gesagt, ne? Oh, weißt du was? Und das können wir eigentlich auch mal rausnehmen hier. So. Was mache ich mit dir, Schweinle? Wo kommst du hin? Ich werde mir noch überlegen, wo ich es hinpacke. Ich weiß es noch nicht. So. Jetzt ist das wieder schön hier unten, das Eckle. Gefällt mir sehr gut. Hier sehen wir dann tatsächlich ein bisschen rein. Und wenn wir von hier oben rüberfahren, dann können wir das ganze Bauwerk begutachten. Ey, ich baue hier vielleicht tatsächlich ein zweites Tor rein. Am liebsten hätte ich sogar doppelt. Und oben rüber dann einen Laufsteg oder sowas. So, Leute. Jetzt muss ich überlegen, wo habe ich denn den Fahrstuhl hingepackt. Könnte sein im Vorbereitungsbereich. Fahrstuhl. Ah, jetzt habe ich den Kompost vergessen. Den wollte ich nämlich rüberbringen. So, und den Schmied würde ich ja auch gerne umsetzen. Der soll ja hier so sein, ne? Lass uns mal kurz... Sind das Sandsteine? Das sind Sandsteine. Lass uns mal kurz das Ding hier ein bisschen weiter flechten. So habe ich es nämlich tatsächlich mir vorgestellt gehabt. Ja, dass das praktisch so ist. Und dann könnten wir für den Schmied... Kurzer Moment. Okay, die will er jetzt beide mich nicht machen lassen hier. Dann machen wir es mal so. Auf den Fahrstuhl wieder umsnatchen. So, dann kann ich den Schmied hier drauf machen. Dann kommen da wieder Treppen runter. Dann haue ich den jetzt schon mal weg. Komm, den machen wir kurz weg, Leute. Das wird jetzt viel. Halt, den muss ich ja separat rausnehmen. Der Kollege hier. So, so schwer war ich schon lange nicht mehr. So, die Schmiede. Ja, geil. Wir können trotzdem noch laufen. Dann haben wir hier vorne nämlich den Zugangsbereich. Schön sauber. Und der Herr Schmied. Geil wäre natürlich auch gewesen, wenn ich den so hätte dagegen bauen können. Aber auf der anderen Seite... Ich baue es mir so hin, Leute. So finde ich es eigentlich ganz gut. Jetzt haue ich den Schmied wieder zurück. Ja, es passt doch. Dann kann der nämlich hier einfach mitarbeiten. So wie es sein soll. Ich mache das ja alles mal rüber erst. Ich kann das ja später sortieren. Das muss jetzt nicht toll sein. So, zack, zack, zack. Und bäm, bäm, bäm. Alles klar. Wieder ein kleiner Umbau. Und schon sieht das Ganze wieder schön aus. Was haben wir denn da für Treppen hingebaut? Isolierte Holztreppe habe ich. Von der noch welche? Hier habe ich Sandsteintreppen. Isolierte Holztreppe. Manchmal sind ja sogar Sachen da, wenn man sie braucht. Das ist der absolute Hammer. Ich würde sagen, da bleiben wir jetzt unserem Stil treu. Und setzen die hier so hin. Jetzt kann ich natürlich hier... Ja, geil. Da baue ich hier noch eine Treppe für da. So. Was jetzt natürlich noch weg muss, sind die zwei Kisten. Da werde ich dann entsprechend hier drin noch einen großen Schrank setzen. Wahrscheinlich hier zwischen rein. Und da noch einen hin. Dann ist da außen aufgeräumt. Versperst mir den Weg, Digga. Und den Sklavenfutterdruck und den Brunnen, den werde ich neu organisieren müssen. Leute, ist doch schon mal viel, viel lichter jetzt wieder, ne? Wo der Schmied hier nicht mehr alles versperrt. Hier müssen wir noch ein bisschen ausbauen, dann passt es. So. Der Fahrstuhl, wenn wir schon gerade dabei sind. Der Fahrstuhl soll uns rüberführen zum Obelisk. Und der snappt hier nämlich so halb dran. Nicht ideal. Nicht hoch. Aber an dem Punkt kann ich den Fahrstuhl anbringen. Der bringt uns dann da rüber. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns da einen Weg hin basteln. Und da hatte ich, glaube ich, auch was vorbereitet. Lass mich mal kurz reinschauen. Ja. Jetzt muss ich überlegen. Die Sachen erstmal rüber. Das haben wir... Ne, Fahrstuhl sitzt. Ich muss kurz in die Presse. An die Presse, still. Da müssen wir natürlich auch noch umbauen, irgendwann hier drin, ne? So, Leute. Dann haben wir die Geschichte hier. Das haben wir hier. Wobei das eher da unten ist. Dann haue ich das hier rüber. Das kann dann von mir erst durchmalen. Wie sieht es denn eigentlich hier in der Kochstelle aus? Ja, da darf ich auch wieder ein bisschen was durchkauen. Die Reusen muss ich noch leer machen, die Tage. Und dann kommen wir langsam wieder auf unsere Mats. Sehr, sehr geil. So, Alter. Jetzt komm rüber. Wir wollen bauen. Es wird langsam. Ja, es ist viel besser, dass der Schmied jetzt da hinten seine Arbeit macht. Vor allem die Feinde, die hier durchs Land streifen, sehen gleich. Ich finde, das strahlt Macht aus. Wenn man von weitem schon sieht, dass hier gebaut wird und dass man keine Angst hat. So, Leute. Wir brauchen die Elemente. Definitiv. Ich nehme an, dass ich auch die Treppen brauche. Und eventuell Foundations. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze aufsetzen. Ich habe eine schon gesetzt, wie man da unten sieht. Auf die hüpfen wir jetzt drauf. Und von da aus geht es weiter. So, dickerle. Ist ein Hummer. Trink zwei Schluck. Und dann hüpfen wir hier mal kurz drauf. Ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt in den Fahrstuhl reinkomme. So, wie ich es jetzt hier vorhabe. Das passt schon mal. Hier geht es schon los. Hier geht es schon nicht mehr. Okay. Hier würde es gehen. Hier nicht. Warum nicht? Okay. Was ist, wenn ich eine Foundation hier hinsetze? Die hängt dann so blöd hier raus. Das will ich natürlich nicht. Und da drüben kriege ich nichts hin. Nö. Weißt du, hier habe ich gedacht, dass sie da ansnappen wird. Ach, vielleicht mache ich es ja so. Vielleicht mache ich es ja so, dass ich mir hier... Dann kann ich aber hier eine Foundations reinzimmern. Warte mal. Das muss ich halt nachher wieder abbauen, wenn es nicht klappen sollte. Hier habe ich jetzt eine Foundation. Und wenn ich jetzt da einfach eine Treppe runter mache. Naja, sagen wir mal, so schön ist es nicht. Funktioniert es überhaupt? Ist das geil? Hä, das kann man doch noch ein bisschen ausbauen. Das kriege ich bestimmt hin, dass das noch schön aussieht. Die Foundation ziehe ich da rein. Wisst ihr, was ich das mache, ne? Hauptsächlich, wenn ich jetzt rübergehe, Dämonenblutfarmen. Sind wir ruckzuck drüben. Ich habe die Möglichkeit später, wenn ich beim Obelisk rauskomme, nach meiner Schnellreise, dass ich ruckzuck daheim bin und nicht hier durchs ganze Tal muss, ne? Oh, ist das cool. Hätte ich nicht gedacht, dass das so geil wird. Hier können wir dann irgendwann, wenn wir mal Langeweile haben, natürlich auch ausbauen, ne? Dass das hier schön aussieht. Aber jetzt ist es erstmal zweckdienlich und tut das, was ich will. Ah ja, läuft. Läuft. Es ist cooler, als ich gedacht habe. Unser Herr Codeless spart sich hier auf jeden Fall allerhand Wege. Guck dir das mal an. Ah ja, klar. Das ist wenigstens eine Distanz, eine ordentliche, die jetzt hier überbrückt wird, ne? Sehr cool. Bis auf die Tatsache, dass das Eck jetzt hier noch unbefriedigend schön ist. Und dass das hier alles nicht so snappies will. Ich könnte aber natürlich jetzt hier... Das geht natürlich auch. Lass mich mal ganz kurz... Also das geht nicht. Das haben wir jetzt schon zu Genüge. Ich will mal versuchen, was wäre denn, wenn ich so mache, dich rausnehmen. Dich rausnehmen. Dann bin ich nämlich hier auf einer festen Untergrundplattform. Dann müsste ich dich rausnehmen. Und jetzt haben wir das Problem, dass ich hier... Wenn ich da eine Leiter hinsetze... Dass das nicht so harmoniert, wie ich es will, ne? Platz ist besetzt. Das geht nicht. Und da drüben lässt er mich sie nicht anbringen. So sieht's scheiße aus. Hä? Und so... In die Richtung will er nicht. Und wenn ich da drüber hüpfe... Dass ich sie dann hier anzeichne... Will er auch nicht. Aber ist ja egal. Ich habe jetzt hier meinen Laufweg, ne? Ich könnte jetzt theoretisch sagen... Ich ziehe das jetzt so durch, bis ich da hinten bin. Weißt du, die Frage ist ja nur... Wo komme ich denn raus? So, wie sieht denn das aus? Das müsste ich dann natürlich hier bis drunter zuziehen. Kann ich jetzt nicht sagen, ob mir das gefällt. Vor allem weiß ich nicht, wie es unten reinzieht. Das müssen wir uns angucken von unten gleich. So. Ja, okay. Der will dann hier nix. Theoretisch könnte ich jetzt hier eine Treppe hinmachen. Naja, geht es. So, und hier baue ich dann einfach... Leute. Oder? Wenn alles jetzt noch harmoniert, dann passt es nämlich hier auch noch zusammen. Naja, da muss ich jetzt natürlich gucken. Das muss ein Fundament werden, ne? Aber im Prinzip haben wir jetzt die Möglichkeit hier geschaffen. Das ist geil. Bleib du mal kurz da. Ich kann jetzt hier, wenn ich alles gerichtet habe, sagen, komm, hau mal ab. Geh mal rüber. Dämonenblut fahren. Diese kleine Lücke stört mich nicht. Dann mache ich einen Zaun hin. Oder ich versuche tatsächlich hier... Ich habe eine Idee. Jetzt muss ich gucken, ob wir das da haben. Wenn ich baue, dann das kurz. Kartenraum kommt heute noch. Dann fangen wir halt morgen an mit dem Umbau drüben, ne? Ähm... Ich brauche, ich brauche, ich brauche... Oh, ich habe bestimmt kein Matz mehr. Doch, Stein ist noch da. Holz ist noch da. Ich hoffe, dass ich da drüben noch mehr Holz habe. Jo, zwei Holz, Alter. Aber das könnte entweder reichen. Ich brauche ein Sandstein-Dreiecksfundament. Ein Sandstein-Dreiecksfundament. Okay, pass auf. Du hast zu viele Steine. Du brauchst nicht allen. Mach die Hälfte hier wieder rüber. Na, ist immer noch zu schwer. Aber ist egal. So, mir gefällt halt die Ecke da vorne nicht. Das ist alles. Wenn die weg wäre, bin ich zufrieden, ne? Leute. Der direkte Weg in die Freiheit. Ich finde es gut. Das muss jetzt weggebaut werden. Dann kommt hier nämlich ein dreieckiges Fundament rein. Oder aber auch vielleicht eine dreieckige Decke. Gibt es das überhaupt? Gibt es das überhaupt? Das muss ich mal durchgucken. Das sollte es geben, ne? Da ist es. Ein Sandstein-Keil. Den probieren wir jetzt. Entweder ist es er hier, der mich glücklich machen wird. Oder die da. Hä? Wobei? Okay, dann. Okay, ne. Das sieht scheiße aus. Und wenn ich ein viereckiges reinmache, habe ich keins mehr. Aber es funktioniert trotzdem einigermaßen. Bin jetzt schon begeistert. So ist es nicht. Hier machen wir von dem eins. Machen wir von dem noch eins. Hängen mal die da ran kurz. Die will er mich jetzt hier nicht ranhängen lassen. Deswegen Foundation. Das macht er jetzt auch nicht. Wie bescheuert. Dann mach die wieder weg. Probier es mal mit der da. Und dann der da. Er will das da. Das lässt er nicht rein snappen, leider. Das würde gehen. Und dann ist es vorbei. Höchstens da passt er jetzt noch nicht dreieckig rein. Ja. Ah ja, ist doch super. Ist doch super. Es wird halt saumäßig eng hier, ne. Ist aber doch nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie es designtechnisch bis jetzt ist. Ja, ja, das passt schon. Da ziehe ich einfach noch zwei, drei rein. Dann snappen die in den Stein rein. Hier könnte ich eventuell mit Säulen noch dagegen arbeiten. Müssen wir uns mal angucken, ob wir das müssen. Und jetzt habe ich natürlich Bock. Wir machen heute eine Minute länger, meine Lieben. Ich kann das jetzt nicht weglassen einfach. Das gefällt mir riesig. Das gefällt mir riesig hier. Es ist zweckdienlich. Es macht, was es soll. Und es sieht gar nicht so verkehrt aus, ne. So, da baue ich jetzt noch zwei. Die will ich dann unten an klemmen. Dann packen wir so langsam mal die Sachen weg. Dann bauen wir den Kartenraum heute auf, wenn es jetzt gleich hell wird. Aber wir werden morgen erst abreißen. So einfach ist das. Die Fans und Mobilität gehen vor. Die Treppen, weiß nicht, ob ich die jetzt brauche. Was hast du denn so schweres noch eingeladen, Kohnlers? Stein und Holz. Dann mach das mal weg. Stein und Holz ist weg. Und ich meine, wir hatten noch Zaun übrig. Vier Stück. Vier Stück sind auf jeden Fall zum Testen genug. Guck. So. Ist jetzt der Fackel kaputt gegangen? Haben wir die schon so lange? Und zwar ganz wichtig. Ich meine, hier geht es ja noch. Aber da vorne wäre es halt schon wichtig, dass ein Zäunle dran kommt. Jo. Ach, wie mir das gefällt. Ach, wie mir das gefällt, Leute. So. Und dann gehen wir dann nachher hier rüber. Zack. Da kommen natürlich Lichter hin, ne? So. Dann kannst du nämlich hier auch nicht rausfliegen unbedingt. Falls ich mal schusselig unterwegs bin. Dann ziehen wir den Zaun bis hier vor. Gefällt mir sehr gut. Ich muss mal kurz unten was gucken. Herrlich. Oh, ich liebe so verschnörgelte Dinger. Weißt du? So Geheimwegchen. Mir gefällt es. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr erreicht, als vorher da war. Ey, ist doch super. Das ist doch super. Mir gefällt es. Soll ich mich mal ganz kurz gucken, ob ich hier zufällig. Ich meine, das ist ja schon mal krass, dass du das kannst, Alter. Oder tatsächlich, der packt es. Der packt es, hier aufs Dach zu klettern. So, ich habe nämlich dann überlegt, dass wir da vorne die Dreiecke fertig bauen. Ja, hier sollte es rein. Ich muss es von oben angucken, ne? Ich nehme an, dass irgendwann ein Patch kommt, wo sie reinpatchen, dass die auch klettern können. Dann habe ich wieder die Kappe auf. So, Leute. Das Wegele stimmt. Zaun ist nachher dann... Das ist eher Schönheitsgeschichte. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt was machen. Ich brauche nicht genug Ressourcen. Scheiße. Wie sieht denn das jetzt aus, was ich da fabriziert habe? Ja, der eine snappt schon mal ziemlich gut. Den anderen müssen wir noch ein bisschen reinziehen und dann passt es. Schöne Geschichte. So, Leute. Wir bauen jetzt den Kartenraum. Ich nehme eher an, dass es noch ein bisschen in den Rahmen springen wird. Und für den Kartenraum haben wir, glaube ich, alles oben eingelagert. Da bin ich jetzt gespannt. So, hallo, bist du fertig mit den Steinen? Er ist fertig mit den Steinen. Die Steine waren es, die alchemistische Grundsubstanz, Kristalle und die Dinger hier, ne? Jo, Leute. Erbaut. Und es dauert eine ganze Weile. In der Zeit kann ich noch mal ein bisschen aufräumen. Das Schöne ist, dass wir nicht langsamer sind. Da unten sehen wir den Fortschritt. Sehr gut. Jetzt pass auf. Wir gucken noch mal ganz kurz durch. Ich mache jetzt mal alle Elemente weg, die ich nicht brauche. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Was kostet denn die Kollegin hier zu reparieren? Holz. Holz. Kein Problem. Zack, zack, zack. Und Reparage. Und mehr Pflanzenfasern, hätte ich mal denken können. So, Leute. Ey, ist das geil. Wir bauen den Kartenraum. Ich hoffe, der ist jetzt noch in der Schleife, weil jetzt sehe ich ihn nämlich gerade nicht mehr. Ah, doch, da, 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 da ist er. Ist alles gut. Die Fackel ist repariert. Läuft wieder 20 Minuten. Materialien können zurück. So. Wir brauchen das hier nicht. Die Materialien muss ich aufsparen, soweit passt. Das wird jetzt gleich verbaut. Kurz mal einen Blick hier rein. Wir werden mitnehmen die drei NPCs. Wenn wir morgen abreißen. Wir werden hier von was mitnehmen. Ich überlade mich halt. Aber ich weiß jetzt nicht sicher, ob ich alles mitnehme. Weil ich bin dann sehr überladen. Schmiede. Wo habe denn ich die Sachen hin, die wir noch brauchen? Das kann raus. Ah ja, im Vorbereitungsschrank. Ich bin gerade verwundert. Da werden wir mal gucken, was wir mitnehmen. Das ist Ziegel. Das hat hier nichts zu suchen. Hier ist nur Sandstein drin. Sandstein, Sandstein. Die nehmen wir wahrscheinlich alle mit, die Sandsteinsachen. Dann Ziegel, 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 Ziegel müsste hier sein. Ja. Ziegelmauer. Machen wir das hier runter. Ziegelmauer hier hoch. Die Tore werden wir mitnehmen. 100% sogar. Gucken wir mal, wie fleißig der hier seit Zeugs bearbeitet. So, das sind hier die Romats. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Das passt soweit. Yes. Die darf ich nicht rüber machen jetzt. Sonst ist der Kartenraub. Wer ist fertig, Leute? Der Kartenraub ist fertig. Wir haben einen Kartenraum gebaut. Komm, wir setzen den noch hin heute zusammen. Abschließend für die Folge. Und morgen werden wir uns dann das erste Mal damit wegzeleportieren. So machen wir das. So haben wir was für heute. Servus, le. Dich habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Wie geht's dir? So. Überall ist was los. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier oben noch eine Küche reinbaue. Und unten eher so die Werkstatt-Tools wie Pressen, Feuerschalenkessel verbessert und so. Dass wir hier oben dann die Küche reinbauen. So. Leute, der Dribock ist nicht mehr da. Wo ist denn mein Dribock? Hat da jemand eine Idee? Keine Ahnung, wie lange der jetzt schon weg ist. Leute, der Dribock ist nicht mehr da. Hat der eine Haltbarkeit? Alter, das schickt mich jetzt aber schon ganz gewaltig, ne? Ich habe keine Ahnung, wo der hingekommen ist. Man wird noch nicht aufgefallen. Oh, das wird man gerade gemerkt haben. So, meine Lieben. Boah. Oh, nö, oder? Stelle ich mal auf das Steinle hier. Ey, muss ich nochmal neu aufbauen? Ich habe nur keine Ahnung, warum der weg ist. Hier ist ja niemand gewesen die ganze Zeit, ne? Nicht getugt Kontakt mit dem Boden. Erzähl mal doch nicht sowas. Du hast so viel Platz hier. Vielleicht kriege ich den Kartenraum nicht hier hin. Überlagerung mit anderen Objekten. Kein einzigster Snappoint, ne? Obwohl das alles Fundamente sind, die wirklich verankert sind. Oh, das ist aber schade. Nicht genug Bodenkontakt. Das hätte ich nicht gedacht, nachdem wir uns ja schon im Vorfeld auch überlegt haben, ne? Dass es mit Foundations klappen müsste. Schade. Fahr nochmal rein. Doch. Bämsele. Bämsele, Leute. Kartenraum erstellt. Und auch noch da, wo ich ihn haben wollte. Und ich kann ihn wieder wegnehmen, falls er nicht schön sitzt. Jetzt haben wir unseren eigenen Dings hier. Wow, ist es gut. Wow, ist es gut. Alter, mich prescht's um. Ist das geil. Und der sieht richtig gut aus. Erkone, lass zieh's dir rein, Digga. Oh, da muss ich außenrum unbedingt so Feuerschalenkessel und so Zeug setzen. Ich frag mich, wo mein Triebock hingekommen ist. Oh, guck mal. Das ist der Obelisk in der Stadt, in der namenlosen, ne? Könnte ich mich teleportieren? Ist das nicht der Hammer? Armband nicht eingestellt. Okay, welchen haben wir denn schon? Hier. Das ist an den Schwefelfeldern, oder? Unser neuer Spot. Unser neuestes Ding. Und da müssten wir noch einen an der Inni haben. Das wird der hier sein. Oh, Leute, da hab ich jetzt aber auch... Und das hier wird unserer sein. Die holen wir alle ran. Ich glaub, die in der Wüste, die holen wir als nächstes. Dass wir einmal die Wüste komplett fertig haben, ne? Ja, das machen wir. Wenn das die namenlose Stadt ist, ja? Dann ist die Instanz hier unten an dem Eck. Das war welcher? Das war der neue? Hier. Das ist der Instanzler. Und wir wohnen hier. Dieser Obelisk ist bei uns zu Hause, ne? Hier ist die Flussmündung, die dreieckige. Ist das geil? Na ja, dann machen wir das irgendwie. Falls wir es vor der Säuberung noch hinkriegen, machen wir eine Folge. Die Obelisken holen, die noch fehlen. Er sitzt nicht wunderschön. Er sitzt nicht wunderschön, aber das stört mich gerade überhaupt nicht. Ich bin sehr froh, dass er da überhaupt hingepasst hat, ne? Dann mach ich noch schön ein bisschen Ausleuchtung hin und dann bin ich zufrieden. Was ist denn das hier für ein Fahrstuhl? Ah, es ist er hier. Leute, ist das geil? Der Tribok ist weg. Das nervt mich gerade tierisch. Oh oh. Kaun les. Hab ich den da eingesperrt? Bäm's rüber. Zack. Schöne Geschichte. Jetzt haben wir wirklich einen kleinen Meilenstall erreicht. Jetzt spüre ich es auch. Wir gehen auf Level 48 zu. Durch das, dass ich jetzt tatsächlich nochmal ganz viel farmen muss und vorbereiten muss oder möchte. Muss, darf es ja nicht sagen bei so einem schönen Spiel. Werden wir ziemlich schnell und ziemlich zügig Level 50 jetzt kriegen. Der Schmied sieht super aus in dem Eck da hinten. Okay, Leute. Dann wird es morgen aufgehen. Richtung Westen. Dann machen wir im Westen noch ein bisschen Schiff klar, weil die Base ist mal wichtig. Enbartus Camp kriegt noch einen Besuch vor der Säuberung. Und dann passt die Geschichte. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Spaß haben mit mir. Es freut mich ungemein. Und denkt dran, je näher die Säuberung 2 kommt, desto näher kommt auch unser Stream danach, wenn es Richtung Norden geht. Dass der Tribok weg ist, haut mich um. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So meine Lieben, bis bald. Also bis morgen.